Ich verfolge Simona ihre Karriere schon seit ihr Anfang an und bin sehr beeindruckt von ihren Resultaten. Letztes Jahr konnte sie zum Beispiel auch eine Junioren-WM-3-Gut-Medaille gewinnen. Und ich bin sicher, dass wir auch in Zukunft noch viel von ihr hören werden. Meine Stimme zur Sporthilfe Nachwuchsathletin hat sie. Deine auch!